Die neuen Corona-Maßnahmen haben natürlich nicht nur Einfluss auf die Gastrobranche. Durch den am Mittwoch beschlossenen Lockdown wird das komplette Freizeitleben in Deutschland wieder zum Erliegen kommen. Eine Entscheidung, die Berlin bestimmt nicht einfach gemacht hat. Wie so oft wurde die Entscheidung in den letzten Wochen aber ohne den Bundestag gefällt. Was das für Auswirkungen hat und wie die Stimmung momentan in Berlin ist, das fragen wir jetzt unseren Bundestagsabgeordneten aus Duisburg und den frisch gewählten sportpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Mahmoud Özdemir. Guten Abend. Schönen guten Abend in die Heimat von Duisburg. Herr Özdemir, erstmal nochmal Glückwünsche zur Wahl. Über den Sport wollen wir natürlich gleich noch ausführlich sprechen. Vielleicht beginnen wir das Gespräch erst einmal über die Stimmung in Berlin. Wie nehmen Sie die momentan wahr? Ich nehme die Stimmung sehr ernst, aber auch sehr zuversichtlich wahr. Wir debattieren hier jeden Tag und jede Woche in der SPD-Bundestagsfraktion als Parlamentarier, als gewählter Bundestagsabgeordneter. Für Duisburg bringe ich unsere Lebenssituation, die Situation der Schausteller, die Situation der Vereinten, die Situation der Menschen in die Bundestagsfraktion rein. Und wir diskutieren natürlich auch mit unseren Regierungsvertretern und geben denen ganz deutliche parlamentarische Hinweise immer mit. Jetzt ist natürlich der Eindruck in der Bevölkerung momentan so, deswegen kommt auch so ein bisschen Kritik auf, dass der Bundestag momentan eher weniger diskutiert. Jetzt hatten wir natürlich gestern schon eine hitzige Debatte wieder im Bundestag. Die bleibt natürlich dann auch nicht aus. Aber bei der Bevölkerung ist so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass das Corona-Kabinett, wie es genannt wird, die Maßnahmen alleine entscheidet. Würden Sie dem zustimmen? Nein, das ist mitnichten so. Wir sind als Deutscher Bundestag und das zeigt ja gerade Ihre Einführung auch. Wir haben Anfang der Woche schon zwei Debatten darüber geführt. Wir haben gerade darüber diskutiert im Deutschen Bundestag, ob wir einen Untersuchungsausschuss brauchen, um die Regierung zu kontrollieren. Ich denke, soweit sind wir noch nicht. Im Übrigen war das ein AfD-Antrag, der völlig an der Geschäftsordnung auch vorbeigeht und auch nicht redlich ist. Wir als Deutscher Bundestag machen die Gesetze und schicken unsere Regierung los, schnell und effektiv für das Wohl der Menschen, für die Gesundheit der Menschen auch Maßnahmen zu erlassen. Und wenn wir als Bundestag den Eindruck hätten, dass einige Maßnahmen nicht korrekt sind oder nicht wirken oder über das Ziel hinausschießen und nicht verhältnismäßig sind, gerade dann würden wir doch als Gesetzgeber sofort der Regierung den Auftrag entziehen und sagen, Ihr habt das nicht anständig gemacht, wir präzisieren euren Auftrag noch einmal. Und gerade vor dem Hintergrund sehen Sie gerade einen Bundestagsabgeordneten für Duisburg vor sich, der mit den jetzigen Maßnahmen nicht zu 100 Prozent übereinstimmt. Aber ich finde die Maßnahmen im Wesentlichen richtig, weil die Gesundheit und die Solidarität untereinander vorgeht. Welche Maßnahmen, Sie sprechen es gerade an, hinter welchen Maßnahmen stehen Sie nicht zu 100 Prozent? Ich finde, dass man hier deutlich betrachten muss, welche Phänomene haben wir. Wo sind diejenigen, die sich beispielsweise mit Fehlverhalten weit außerhalb des gesellschaftlichen Konsenses bewegen, den wir seit April, Mai mühevoll zusammengeschmiedet haben. Es haben viele Menschen, es haben insbesondere die Selbstständigen, die Gastronomen, die Einzelhändler, die Schausteller, diese haben wirklich, diese haben wir zum Adalas teilweise gewingen. Und wenn ich jetzt wieder sehe, dass in vielen einzelnen Orten private Feiern mit 30, 40, 50, 60 Leuten durchgeführt werden, dass große Hochzeitsgesellschaften noch durchgeführt werden, dann finde ich, dass wir tatsächlich die Verursacher dieser Situation stärker in den Blick nehmen müssen und nicht die Menschen im Land generell unter Verdacht stellen. Und deshalb plädiere ich stark dafür, dass wir die Maßnahmen, die jetzt beschlossen worden sind, ich stehe dahinter und ich unterstütze diese Maßnahmen auch, die von den Länderministerpräsidenten und von der Bundeskanzlerin auch vorgestanden worden sind. Aber wir müssen stärker auch dahin gucken, wo Menschen Verstöße begehen und diese Verstöße auch ahnden. Wir können nicht Leute unter Generalverdacht stellen und dann horrende Ordnungswidrigkeits-Buustgelder ins Gesetz reinschreiben, wenn wir nicht am Ende tatsächlich die wahren Verursacher an die Kandaden nehmen. Jetzt haben wir natürlich weiterhin, um nochmal auf den letzten Punkt zurückzukommen, so ein bisschen das Gefühl, also auch die Bürger, die dieses Gefühl eben auch artikulieren, dass das Vertrauen so ein bisschen verloren geht, gerade weil viele auch sagen, es fehlt so ein bisschen eine Langzeitstrategie. Jetzt hatten Sie ja schon ein paar Punkte auch genannt. Wie muss Politik vielleicht da auch versuchen, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen? Durch Zuversicht, durch Vertrauen, aber auch durch eine klare Sprache. Unsere klare Sprache ist jetzt, dass wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern wollen. Gerade für diesen Grund haben wir einen sehr harten Schnitt für den Monat November jetzt vollführt. Aber man muss den Menschen auch zeigen, wie es über diesen November hinausgeht, dass wir ihnen Fakten zeigen, diese sogenannten Inzidenzwerte, also Erkrankungen je 100.000 Einwohner. Bei 50, als dieser Wert dort lag, waren Nachverfolgungen von Infektionsgeschehnissen und Ketten möglich. Sobald er über 100, 200 geht, wie jetzt in Duisburg auch aktuell, ist eine Nachverfolgbarkeit und die Belastung unseres Gesundheitssystems nicht mehr vertretbar. Und deshalb muss man harte Maßnahmen auch durchführen. Wir müssen den Menschen aber auch ganz klar sagen, da wo gesellschaftliches Leben nicht von einem Infektionsgeschehen betroffen oder belastet ist, muss man sehr sachlich und jede einzelne Kritik auch wahrnehmen. Und deshalb bedenere ich dafür, dass die Menschen jetzt, wenn sie eine Kritik haben, wenn sie sagen, das halte ich für nicht verhältnismäßig, dann können sie sich gerne an mich oder auch meine Duisburger Kollegin Berbe-Bars wenden. Und wir werden jede einzelne Kritik auch ernst nehmen und gucken, ob das ins Regierungshandeln tatsächlich verhältnismäßig einzupassen ist. Und das werden wir dann immer lückenlos auch von der Regierung verlangen und jede einzelne Maßnahme auch hinterfragen. Ich finde auch wichtig zu sagen, dass wir jetzt als Staat die Regierungen natürlich diese Maßnahmen erlassen, dass diese Maßnahmen jetzt vollzogen werden, aber auch, dass der Staat das entschädigungslos geschehen lässt. Es werden ja bis zu 75 Prozent der Ausfälle auch kompensiert werden. Wir haben seit März diesen Jahres erhebliche Corona-Hilfspakete geschmiert, auch für den Sport im Übrigen, auch für Sportvereine, aber auch und gerade für Einzelhändler, für Mittelständler. Und ich sehe ein, dass es wirklich für die einen oder anderen im Moment existenzbedrohend ist und einen mit dem Kopf schütteln und sagen, wir verstehen euch nicht mehr oder wir haben kein Verständnis mehr für die Maßnahmen. Aber dass wir diese Maßnahmen treffen müssen, liegt nicht an denjenigen, die sich rechtstreu verhalten haben, sondern es liegt an denjenigen, die sich von der Solidarität entfernt haben und Corona leugnen oder diese Covid-19-Pandemie leugnen und sagen, ein solches Infektionsgeschehen gibt es gar nicht. Das hat sich die Regierung ausgedacht. Ich denke, es ist eine große Gefahr für die Demokratie, dass wir stärker auf diese Pandemie oder auch auf diese Ereignisse der Pandemie, dass wir den Leuten es besser erklären müssen und stärker faktenbasiert argumentieren müssen. Ich glaube, dann wird wieder Vertrauen und Zuversicht entstehen in diesem Land und auch in unserer Stadt, wenn wir den Leuten einen klaren Weg zeigen können, wie wir aus dieser Pandemie rausgehen. Ja, kommen wir jetzt noch zum Schluss zum Sport. Da sind Sie frisch gewählt worden als sportpolitischer Sprecher. Gerade in Hinsicht dieser ganzen Corona-Problematik, die wir gerade schon besprochen haben. Was oder wie kann man da jetzt auch Sportvereine unterstützen? Oder wie wollen Sie sich da einsetzen, dass eben auch Sportvereine wieder eine Vision in die Zukunft haben? Auch hier in Duisburg. Erstens haben wir mit einem 200-Millionen-Euro-Paket den semi-professionellen, aber auch den dritten Ligen-Sportart unabhängig ein Hilfspaket geschmiert. Davon wird auch mit großer Sicherheit der MSV Duisburg zum Beispiel profitieren. Aber eine meiner ersten Amtshandlungen gestern war zum Beispiel auch, unverzüglich die Situation des Breitensportes auf die Agenda zu setzen. Ich habe nämlich diese Äußerungen der Länderpräsidenten und der Bundeskanzlerin zur Kenntnis genommen. Und das hat Auswirkungen für Sportvereine in Duisburg, die nicht mehr trainieren dürfen, wo Kontaktsportarten nicht mehr durchgeführt werden dürfen, wo Hallenveranstaltungen oder Hallentrainings nicht mehr möglich sind. Und gerade diese Situation habe ich sofort auf die Agenda gesetzt. Denn ich weiß in Duisburg genau, was dann passiert. Die Kinder, die Jugendlichen, die sonst in einer Gemeinschaft integrativ, solidarisch miteinander auch kommunizieren, auch über diese Situation reden und gegenseitig sich auch in einem Umgang stärken durch den Sport, fehlt. Und im Zweifel sind sie dann zu Hause in den eigenen vier Wänden, im eigenen Zimmer, vor der Playstation. Und das sind Dinge, die nicht sein dürfen. Sport ist wichtig. Sport an der frischen Luft ist möglich. Und ich finde auch, in engen, strengen, hygienisch möglichen Grenzen sollten wir auch weiter dem Sport zulassen. Dann schauen wir da zuversichtlich mit Ihnen in die nächsten Monate und warten, was dann noch auf uns zukommt, im positiven wie im negativen Sinne. Vielen Dank erstmal für das Gespräch und dieses Stimmungsbild auch aus Berlin, Mahmoud Özdemir. Sehr gerne. Grüße nach Duisburg in die Heimat.